Durch diese hohle Gasse muss er kommen, ließ Friedrich Schiller einst seinen Wilhelm Tell sagen. Meißen, bald 1100 Jahre alt, hat viele enge Gassen und eine heißt sogar Hohlweg. Und der führt in Meißens Altstadt auf diesen kleinen Platz. Pkw kommen hier lässig durch für Reisebusse von mehr als 8 Metern Länge. Hingegen wird es schwierig, der hier dürfte 12 Meter haben. Und so war denn für ihn am Ende des Hohlwegs Schicht im Schacht. Er hat zwei Positionen gehabt. Der stand im Endeffekt genau zwischen der Konditorei Zieger. Und dem Atelier von der Frau Mehnert. Und er hat sich dann so langsam versucht auf den Platz zu schieben, war aber zu breit, zu lang. Sodass er sich im Endeffekt zwischen der Terrasse von der Fuchshöhle und dem Brunnen völlig verkeilt hat. Also mehr, und das war schon Drama pur. Der stand hier vorne runter, hier den Stellplatz. Und dann ist er vorgefahren, weil der wollte zu Dom. Und dann kam er nicht mehr, nie rückwärts, nie vorwärts. Roller nach links, ist alles in Ordnung. Roller nach rechts, ist auch nicht schwer. Der ist Navi gefahren. Der Fahrer kenne auch nicht dafür. Der hat wirklich Angst gehabt. Der hatte keine Sprache, der hatte nur Niederländische gesprochen. Und ich kenne auch nicht so viel Niederländische. Gastronom Nishan Multani hat andere Talente. Zum Beispiel kann er uns zeigen, dass der Hohlweg vor seinem Restaurant mit nur 3,60 Meter Breite in großen Bussen ganz zwangsläufig zu Panik und Ratlosigkeit führen muss. Nicht allerdings bei ihm. Zwar lebt Nishan schon 26 Jahre in Deutschland, aufgewachsen aber ist er in Indien. Und so wird Nishan zum Retter in höchster Not und zur Symbolfigur sächsisch-indisch-niederländischer Freundschaft. Und dann habe ich den Fummelplatz hier vorne, bin ich eingestiegen, habe ich den gerne rückwärts hochgefahren. Ich habe keine Führerschein von Alkawe, ich habe keine Führerschein von Bus, aber ich habe gerne geholfen. Ich sah dann nur den Herrn Multani im Bus sitzen und dachte ich mir, okay, ich drücke ihm die Daumen. Dann habe ich ihn gefragt, ob das mal Automatik ist oder mal Gangschaltung ist, weil ich drohe mich normalerweise auch nicht so etwas zu machen. Und dann setzt er den Bus rund 50 Meter im Hohlweg zurück an den Stufen hoch zur Albrechtsburg, endet dann das Drama. Der Busprofi aus Holland übernimmt wieder. Für Nishan hingegen gibt es neben Tosen im Applaus ein volles Restaurant, denn die Reisegruppe rückt geschlossen bei ihm ein. Bleibt die Frage, warum der Platz vor dem Restaurant, in dem all diese Gassen münden, Fummelplatz heißt. Seit den Zeiten von August dem Starken wird gegenüber bei Café Ziger dieses Gebäck produziert. Die Meißner Fummel, aber das ist eine andere Geschichte. Die Meißner Fummel, aber das ist eine andere Geschichte.